Guten Tag, meine Damen und Herren! Kommt zurück zu Sparen und Luigi Super Saga. Im letzten Part haben wir die Sternenbohne wieder zurückbekommen und das mit Peach dazu. Unglaublich. Und jetzt ist Luigi von Claudio entführt worden. Aber das ja. Dich retten wir ja gleich. Ein bisschen Feuer und dann ist das schon weg. Mario! Luigi! Was für ein Wiedersehen. Mein Taschentuch ist schon ganz nass vor Tränen. Roter Mann, ich habe dich schon erwartet. Schatz, was ist das für ein Krach? Bördo! Schatz, das gehört für uns. Lass uns irgendwo hingehen, wo wir ungestört tuteln können. Was heißt hier Schatz? Bis so etwas haben wir jetzt keine Zeit. Das ist Bördo. Bei meiner Einstellungstest hat sie nur Bestnoten erreicht. Schatz, nämlich nicht Bördo, sondern Birdie. Na, wir tun ja nichts zur Sache. Und jetzt macht euch bereit. Bereit für die Kraft des neuen Teams. Die Kraft der Liebe, oder? Oh Mann, im Moment ist mir jede Art für Kraftrecht. Liebe, oder sonst was. Auf jeden Fall seid ihr jetzt dran. Und der kommt jetzt auf jeden Fall erstmal in die Suppe. Ja, klar, da hat es einen neuen gewährten Bördo, Birdie, Birdinator, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal die Hacke, Brüder. Ach, Mann. Schlagbrüder, Ex. Also die Schlagbrüder, Ex. Das ist das AFAG. Ah. So. Nein, nein, nein. Mein Pilz. Mein Pilz. Ich tötet's einfach, Birdie. Warum? Naja. Ach, Drecksack. Okay. Hä? Ich fähle hier gerade rum, oder? Ich mach jetzt einfach nur mal. Bunk. Bunk. Platschbrüder auf Birdo. Bunk. Und die Schlagbrüder, Ex. Ach, lag mich doch. Komm zu mir, Darling. Es ist aus. What the? Birdo, das geht zu weit. Ich glaube, das ist der Cloud. Ich glaube, das ist der Cloud. Hä? What? Okay, keine Ahnung. Ach, jetzt muss ich... Bunk. Auch ein Fake. Fake and gay. Bunk. Auch fake and gay. Warum ist hier alles fake and gay? Ah, da ist er. Der Dreck. Nein, nein. Und Mario ist tot. Wunderbar. So. Okay. Ach man. Warum kann ich heute nix? Bunk. 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 verreckt bürger du mann frau was auch immer ich will es gar nicht wissen was das ist konzern bürgerlich ist das Punkt, 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 Punkt. Hier, nimm mir einfach einen normalen, du Drecksack. Wer verreckt an dem Ei? Nee, ernsthaft. Ich sollte echt leveln. Naja. Kann hier bitte mal Klaude rauskommen? Danke. Boom. Boom. Oh. Ich nehm mal einfach die. So. Yes. Und Schuss, Klaude. Oh Mann, wir haben nicht so nix zu gebrauchen. Du bist gefeuert. Was ist das etwa? Es ist aus. Oh nein. Ich bin entsetzt. Bye bye. Bye bye. Das ist bestimmt eine Prüfung des Schicksals. Wenn ich diese Prüfung spiele, schaffe ich es auch ein Star zu werden. Männer. Männer. Der fucking shit. Okay, also wenn das nicht random war, dann weiß ich nicht. Naja. Gehen wir einfach zum Bohnenkönig. Hä? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Ernsthaft, wie komme ich hier raus? Hilfe. Halb, halb, halb. Ah, da war's. Okay, auf, zurück zum Bohnenkönigreich. Nein, das war der falsche Weg. Meine Maus ist im Weg. Lalalalalala. 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 Ach komm, schon, schon, wieder. What the fuck? Ach, wir sind mit Ninda-Attacke, oder? War der Zorn des Himmelsgottes. Der Himmelsgott zürnt uns. Das ist das Ende. Flieh, solange ihr noch könnt. Ähm. Déjà vu. Hm. Das ist echt komisch. Fuck. Ach, kaum schon. Das stört ernsthaft. Ach, Mann. Na, 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 na. Okay. Äh, Kleidung vielleicht. Äh, Kleidung? Ah, die tut. Gibt's Neukleidung? Au. Freizeit. die panze die freiheit hose für beide bitte danke was können wir den protektor so weg damit muss da ausgang wo ist der item shop ich würde gerne items kaufen bitte ich weiß eine missliche lager aber trotzdem brauche ich halt uns wir müssen jetzt erst mal die lage checken und einmal eine katastrophe bodenland steht vor dem untergang habe ich das fest und greift uns aus der luft an was er bau sie mir das verskältungsschlag bei luftangriffen sind wir völlig rieflos der hofstatt vom pc sie bietet wurde der little tot dann evakuiert gut prinzesse bietet sicherheit aber bau ist fest und wir drohen uns immer noch was ich brauche es besser kannst kennst du den weg vom bau ist immer bis zum stil wird so natürlich ihr seid experten für bausers fest und wenn ihr bei der tg ist es sich eine gute lösung nein die nationale gelehrtkeiten können wir nicht immer wahren mit jahrsburg nehmen mag sein jedoch adieu stück ist immer mehr größter hätte es doch nicht etwa allein zu bau sein eure majestät sollten wir dich doch etwas unternehmen stimmt es bringt nichts hier zu warten was als nächstes kommt die frage ist wie kommen wir da hoch der fack es ist zwar nur ein gedanke aber es gab doch nicht in diskuss welch jünger wäre würde ich seine füße packen und die prinz näher pflegen aber es bringt nichts hier nur zu fabulieren flug ding ich werde mit zwei überlegen was das sein könnte und im nächsten part habe ich sicher eine lösung bis dahin auf wiedersehen